Ey, yo, ich hab mal wieder ne neue Umfrage für euch. Die findet ihr auf Facebook. Falls ihr kein Facebook habt, dann könnt ihr die Umfrage auch hier in den Kommentaren beantworten. Ist scheißegal. Die Frage ist halt nur, was ihr lieber sehen wollen, tun, hürdet, haben. Nie. Und zwar geht's natürlich darum, ich wollte ja mit LOL aufhören, so langsam, ne, weil's... Ich spiel's halt einfach nicht mehr so oft. Ähm, aber trotzdem wollte ich fragen, was ihr so gerne sehen wollt, von wegen LOL, Daisy, auf allen möglichen Maps. Mal ein paar Folgen da, mal ein paar Folgen da. Oder halt, äh, Skyrim. Ähm, oder vielleicht was anderes. Ich kann ja mal, oder ob ich halt mit den normalen Projekten weitermachen soll. Ich muss sowieso Monster Hunter jetzt irgendwann mal fertig machen. So lange dauert das ja nicht mehr. Glaub ich. Hoffentlich. Vielleicht. Maybe. Naja. Aber auf jeden Fall, äh, schreibt mir lieber, was ihr sehen wollt. Und für den Fall, dass ihr das halt sehen wollt, ne. Bei Skyrim und Daisy hat man ja immer noch den... Ähm, die Eigenschaft zu sagen, dass man manche Sachen rausschneidet, obwohl das eigentlich ja nicht unbedingt so vonnöten ist. Aber dass ich dann auf jeden Fall, ähm, weiß, was ihr wollt, weil Skyrim oder Daisy wollte ich halt machen. Nur ich kann halt nicht beides gleichzeitig machen oder ganz viel einsam, das ist dann kacke. Nur falls ich halt, äh, Daisy oder Skyrim mache, kann ich jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt in Zukunft wieder was aufnehme, kann ich sogar die Teile auf 20 Minuten erhöhen. Das ist ja scheißegal. Dann kann ich immer 20 Minuten jeden Tag hochladen. Bis, äh, 5, bis 6 oder 7 Mal die Woche, je nachdem ob ich zu Hause bin oder nicht, kriegt ihr dann jede Woche mindestens 100 Minuten von dem Stoff. Weil an Daisy habe ich gerade so richtig, richtig Bock. Besonders auf die neuen Maps, die ich noch nicht so kenne. Da kann ich dann auch vielleicht, äh, wenn wir das, wenn ich das spielen sollte, weil das ja ein Multiplay-Spiel ist, kann ich da wieder Leute zusammen trommeln. Und dann, äh, haben wir vielleicht mal mehr Leute, verschiedene Leute und bla 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 bla. Deswegen, äh, wollte ich euch fragen, wie ihr das finden würdet, was ihr gerne sehen würdet. Ob ihr vielleicht so gerne, ja, Daisy sehen würdet? Hm? Auf jeden Fall konnte ich schon sehen, dass allein an den View-Anzahlen Daisy auf jeden Fall schon mal beliebter ist als zum Beispiel Metroid Fusion. Oder irgendeinen anderen Scheiß. Deswegen. Ähm, mehr wollte ich dann auch nicht wissen. Bitte kommentieren, auf Facebook abstimmen, damit ich das weiß. Tschüss und vielen Dank.